Moin Moin Leute, mein Name ist Ree Faser und im heutigen Drainbow Super Video dreht es sich um die neue Form von Goku, den Limit Breaker, wo wir nicht wirklich viel von wissen. Und da möchte ich gerne auch so ein bisschen aufräumen, denn ich habe das Gefühl, dass einige Falschaussagen aktuell in der Community unterwegs sind. Und zweitens, wann wir es wohl zum ersten Mal sehen mit dem One Piece Zusammenführung, die es Anfang Oktober geben wird. Bevor wir anfangen mit dem Video, möchte ich darauf hinweisen, wir reden hier von potenziellen kleinen Spoilern. Bedeutet, wenn ihr überhaupt nicht wissen wollt, was passieren wird in den nächsten vier bis sechs Wochen in Drainbow Super, dann ist dieses Video wahrscheinlich nichts für euch. Wenn ihr aber sagt, ihr habt doch ein paar kleine Hinweise, die machen mir nichts aus oder ein bisschen mehr einfach wissen wollt, was aktuell an Informationen draußen sind, dann schaut es euch gerne an. Das Video, was im Hintergrund auch gleich laufen wird, was ich euch ein bisschen zeigen möchte, ist ein offizielles Promo-Video aus Japan. Denn es ist in Japan relativ üblich, dass einige Mangas und Animes ein Crossover machen. Und One Piece und Dragon Ball machen es nicht zum ersten Mal und es klappt, glaube ich, sogar einmal mit Naruto zwischen den drei. Den habe ich mir aber persönlich nicht angeschaut, was ich vielleicht mal machen. Auf jeden Fall ist jetzt wieder ein neues angekündigt worden und das wird wohl ein zwei Stunden Crossover. Und es gibt einige Gerüchte drumherum. Wir müssen uns hier immer wieder, wie gewohnt, bei Kenshiro und ähnlichen Twittern bedanken, die uns halt tatsächlich die ganzen Sachen von Japanisch irgendwie in die westlichen Ländern übersetzen, meistens auf Englisch. Und es ist wohl so gedacht, dass die, ja, Producer hinter One Piece und Dragon Ball Super sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, wir wollen mal was anderes machen. Das heißt, die Story wird wohl noch im Dragon Ball Super Universum stattfinden und zusätzlich ist es so, dass es auch bekannt gegeben wurde, dass der Kampf mit Jiren irgendwas damit zu tun hat. Das bedeutet wohl, dass wir in diesem Special eventuell sogar den Kampf zwischen Goku und Jiren sehen werden. Geht aber mal in das Video kurz rein, ich habe den Ton kurz ausgestellt, damit das jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen klabert. Lenkt zu dem Video praktisch wie gewohnt in der Videobeschreibung. Es ist eben halt so ein Crossover zwischen den beiden, das ist ganz normal. Wir sehen hier wie Sanji und Luffy Luffy Kämpfen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ich bin auch immer ein Peace-Fan. Ich bin aktuell nicht auf den Laufenden, aber guckt es mir wahrscheinlich demnächst wieder an, ich bin zwei, drei Arzt dahinter. Dann sehen wir hier den Kampf, also die Sachen kennen wir schon und jetzt kommt das und zwar der Limitbreaker Goku in seiner vollen Pracht. Es ist leicht animiert und ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich von dem Special ist. Weil die große Frage ist, wird dieser Special tatsächlich in der Kontinuität von Dragon Ball Super stattfinden? Das würde nicht wirklich Sinn machen, weil die One Priest Crew hätte da ja nichts verloren. Und dieses Bild hier, genau dieser Abschnitt, den wir uns gerade anschauen, ich lasse den mal ein bisschen weiter laufen. So, da seht ihr wieder, ja, wie es aussieht, 9. müsste September sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die das in Japan machen, aber ich gehe mal ein bisschen zurück. Also, das hier sieht mir sehr stark nach einem Render aus. Wie ihr seht, der Hintergrund ist komplett schwarz, wir sehen richtig schön, wie diese, ja, roten und blauen Flammen von dem Limitbreaker Goku zur Geltung kommen. Und man sieht sonst nichts. Das bedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass das hier so in dieser Folge stattfinden wird, sondern dass es einfach nur wirklich ein Promo-Video ist, der unterschiedliche Sachen fest zusammengesetzt hat. Wenn wir auch noch ein bisschen weiter zurückgehen, Moment, ich müsste es ungefähr hier sein. Also, diese Szene hier müsste euch doch sehr bekannt vorkommen, denn die ist 1 zu 1 aus dem Intro von Dragon Ball Super genommen. Das heißt, wir haben jetzt nicht wirklich was gesehen, wo Goku und Luffy zum Beispiel irgendwie tatsächlich miteinander kommunizieren. Nichtsdestotrotz ist dieses Bild schon ziemlich genial. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Limitbreaker Goku. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, schaut euch definitiv diesen Crossover an. Ich gehe davon aus, es wird dort angeteasert und wenn nicht, dann direkt danach zumindest vorkommen. Aber der Limitbreaker Goku ist aktuell ja so eine große Frage, die sich viele stellen. Was ist es eigentlich? Wir wissen offiziell nicht, was hat diese Form auf sich, wie wird sie erreicht und wie stark ist sie tatsächlich? Natürlich können wir davon ausgehen, sie ist deutlich stärker als Super Saiyan Blue, weil warum sollte Goku eine Form dann nutzen oder erreichen, die ihn nicht irgendwie tatsächlich stärker macht? Aber was sie nicht ist, es ist keine Kombination aus, ja, Super Saiyan God und Super Saiyan Blue. Warum? Super Saiyan God ist die Baseform, beziehungsweise die erste Verwandlung. Und Super Saiyan Blue wurde ja schon in dem Animal, aber auch im Manga klargestellt, dass Super Saiyan Blue einfach nur ein Super Saiyan ist, der vorher den Super Saiyan God-Status erreicht hat. Also ihr könnt euch vorstellen, dass Super Saiyan God Super Saiyan 1 ist und Super Saiyan Blue wäre Super Saiyan 2. Super Saiyan Blue ist stärker, dafür aber ein bisschen langsamer und hat höheren Ausdauerverbrauch. Und deswegen hat Goku ja auch zum Beispiel in der vorletzten Folge von Dragon Ball Super wieder auf die Super Saiyan God-Form zurückgegriffen, um gegen Schnelligkeit von seinen Gegnern ankämpfen zu können. Und zwischendurch dann ist er in die Blue-Form gegangen, um wirklich hart zuzuschlagen. Diese Form hat eine Mischung aus beiden, wie es aussieht. Das hat halt diese rote Flamme, die wir von der God-Form kennen, die ich persönlich einiges besser finde, als die blaue Flamme von Blue, um ehrlich zu sein. Und hat aber auch noch so eine blaue, fast etwas, ja, lilane, ja, ich sag mal, wenn ihr hier unten seht, das ist auch schon fast so ein bisschen lilane Aura um sich herum. Was aber deutlich anders ist, sind drei Sachen. Die Super Saiyan God-Form war ja eine Form, die Goku um einiges schmaler gemacht hat. Er wirkte fast um einiges jünger. Und ich persönlich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, das sah besser aus als die Super Saiyan Blue-Form, die letztendlich für mich nur ein Super Saiyan mit blauen Haaren ist. Also ich fand die God-Form einfach mal etwas anders. Die Augen waren rot, die Haare waren rot. Es sah eigentlich wie Goku normal aus, nur als hätte er irgendwie 30 Kilo abgenommen und seine Muskeln wären definierter und nicht so bulkig geworden. Diese Form hier geht wieder in diese bulkige Form. Das heißt, er ist wirklich durchtrainiert. Er ist genauso breit, wie er sonst ist. Aber der Unterschied sind zum einen die Haare. Die stehen fast wie bei den Super Saiyan Jin, sind aber schwarz. Was das natürlich einiges bedeuten könnte oder auch nicht. Wir wissen es aktuell noch nicht. Und eine ganz krasse Besonderheit sind seine Augen. Denn die Augen sind grau. Und wenn ihr nicht wisst, welcher anderer Charakter in Dragon Ball Super schon graue Augen hatte, als er sich verwandelt hat, solltet ihr es euch vielleicht nochmal schauen. Ich gebe euch kurz drei, vier Sekunden, damit ihr darüber nachdenkt. Ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es tatsächlich wusstet. Aber es war Rosé. Rosé war einer der einzigen, die sich wirklich in einen Super Saiyan Jin verbandelt haben. Auch wenn es seine ganz eigene Super Saiyan Jin formt. Und er hatte graue Augen. Genauso wie Goku in dieser Form. Heißt das vielleicht, er hat sich von Rosé was abgeschaut? Heißt es, dass er hier eine neue göttliche Form aufnimmt? Denn es gibt ja auch einige Gerüchte, dass Jiren gar nicht der wirkliche End-Boss ist. Sondern eigentlich der, ja, der, wie nennt sich das nochmal, Daikosan? Ah, egal. Ich kenne den Namen gerade nicht. Aber halt, dass der Hohepriester das ist, der eigentlich die Zenos irgendwie von, mit dem Hintergrund einfach manipuliert, weil sie ja Kinder sind. Und der eigentlich die Auslöschung von allen Universum irgendwie im Sinne hat. Und er diese Form erreicht, um gegen ihn zusammen mit Jiren zu kämpfen. Das wissen wir alles noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wohin sich die Reise entwickeln wird. Nichtsdestotrotz, diese Form wird kommen innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen. Wir werden sehen können, was sie drauf hat, wie sie erreicht wird und was das alles zu bedeuten hat. Das soll es gewesen sein. Also wie gesagt, es wird Dragon Ball Super. Nächste Woche gibt es das noch und ich glaube, die Woche darauf ist schon Pause. Dann kommt dieser One Piece Special Crossover mit dem, der tatsächlich so eine Stunden One Piece Dragon Ball Special sein wird. Also ähnlich wie, ja, die Story of Bardock oder auch für die Future Trunks Story. Sorry, das waren ja auch so TV, TV Specials, die bei uns ja irgendwann dann auch tatsächlich als DVD und so weiter rausgekommen sind. Und es gibt da einfach einige Gerüchte und einige Aussagen von den Producern dahinter. Das heißt, die Leute, die diese Serien produzieren, dass es eben irgendwie doch sehr stark mit dem Dragon Ball Super Universum verknüpft sein soll und auch die Geschichte irgendwie weiterführen soll. Inwieweit das aber tatsächlich so ist und sie uns nicht ein bisschen um die Nase herumführen wollen, das bleibt abzuwarten. Schreibt mir gerne eure Gedanken und was ihr darüber denkt und ob ihr es euch anschauen werdet, gerne unten rein. Und natürlich könnt ihr euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Super Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.